Okay, wir sind im Flohn und das Ziel ist halt weiter zu kommen. Klingt in meinen Augen so ein bisschen auch logisch klar, ne? Weiter kommen. Und nun nicht dabei gleich drauf zu gehen. Das ist auch, finde ich, ein gutes Ziel. Frage ist nur, wie geht es jetzt weiter? Ich komme hier nicht hoch. Da kann ich diesmal auch nicht irgendwie spawnen. Das muss ich gleich nochmal anders machen. Hm, Frage nur, wie? So, okay. Fast. Oder? Wo bin ich jetzt hier? Auf der Ebene? Ah, kann ich das nicht letztendlich wieder nach dem Muster spielen? Nein, jetzt bin ich noch weiter unten. Ah, so Mist. Okay, das heißt, der muss höher. Ah, komm schon. Okay, das heißt, da bin ich ja schon fast. Wieder einmal. Schon bin ich hier. Okay. Gut. Jo, was geht mit euch falsch? Das soll ich mit mir nicht machen. Jo, was habt ihr hier vor mit mir? So, wo muss ich hin? Frage aller Fragen. Nein. Vielleicht muss ich nochmal ein bisschen höher kommen. Kann ich ein bisschen höher kommen? Habe ich möglichkeit? Höher zu kommen? Ja. Nein, nicht wirklich. Okay. Nur ein bisschen. Ah, und guck mal, ein bisschen ist ja schon mal... Ein bisschen was. Laufen. Hier lang. Oder wo lang? Da rein? Da runter? Da runter? Ich glaube, das andere macht keinen Sinn. Alles andere. Ja, okay. Soll ich denn da runter? Ja, okay, doch. War nur nicht runter. Nicht runterrutschen. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man damit übernachtet. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Und lachen. Oh, Mann, Mann. Tja, kommen Sie noch einfach zurück? Nee. Ich komme nicht zurück. Tut mir leid. Und dann auch irgendwas, was ich sehen kann. Oder ich sehe oder sonst was. Da oben ist nämlich nur die Steinwand. Also, wenn ich nicht Steinwand... Also, hier ist so eine Betonwand, wo ich ein Portal dran setzen kann. Aber sonst... Okay, das könnte mir da was bringen, an der Stelle. Aber sonst... Ich meine, das war doof, doch genau da. Genau, okay. So, alles klar. Na, soll ich jetzt da runter? Alles klar, gut. Abwärts geht's. Was ist hier? Einfach nur noch mehr... komischer Stuff. Alles klar. Okay. Mensch. Nächster. Nächster. Fahrer runter. Aktiviert. Wer ist denn der Dicke da? Achso, nur eine Greifzange. Okay. So, den anderen Kammern zu? Ah, nur ein weißes Licht. Und die einzige, die irgendwie offen ist, ist ja doch irgendwie die. ansonstenweise. Oh, es hat mir tatsächlich was geöffnet. Sie sind kein guter Mensch, das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? Nein, ich höre dich nicht. Ich will doch nur raus hier. Okay. Bist du kaputt? Ich glaube, die sind kaputt. Und ich mach die einfach noch mehr kaputt. Achso, das ist dann unter der Bereich in diese Kammer. Okay. Dann muss ich aber trotzdem jetzt irgendwie... Ah, nach da oben. Dann gib mir doch ein Spawn. Zum Beispiel hier. Ähm, oder auch nicht. Okay, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Nach da oben. Dann... Da geht's ja nach unten. Not-Never-Button auch. Wohin dann? Okay, wohin dann? Eigentlich da hoch. Hast du mir da hinten noch irgendwas zum Spawnen gegeben? Nein. 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 Genau so. So ist es besser. Okay. Dann soll ich da in die Ecke rein? Aha. Ja, weil ich's kann. Oh, war her. Darüber. Da drauf. Soll das sein? Aha. Ah. Das war doof. Hm. Schon besser. Als hätte doch jemand das schon mal geschafft. Oh, Büro-Strukturen. Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Warum denn gleich so gemein? Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Zum Kuchen essen? Die letzte Chance. Ich sollte der Kuchen werden. Das hast du mir jetzt genug suggeriert. Joa, alles klar. Wer bist du denn jetzt? Ah. Kann ich nicht einfach... Nein, nicht ganz. Genau so. In etwa. Machen wir das Ganze nochmal. Dann machst du nochmal vielleicht die Schabe hier kaputt. Noch einmal. Oder musst du dir selbst ins Auge treffen. Wie steht das denn an? Wie steht das denn an? Wie steht das mit dir an? Da schießt... Der hat mal ein bisschen doof, ne? Ohne, ich probiere jetzt auch nochmal irgendwer von hinten zu treffen. Das heißt, von hinten ist er wirklich geschützt? Ne, auch nicht. Hä? Irgendwie... Irgendwie... Oder kann ich einfach weitergehen? Okay, wow. Das war zu easy. Das war zu einfach. Warum bin ich denn nicht früher drauf gekommen? Over here? Okay, wie? Okay. Wie, wie, wie? Sagt, da kann ich da nochmal was... Kann ich das Teil nicht einfach mitnehmen? Könnte ich denen nicht einfach sagen, so, komm mit? Nee, das geht auch. Ich kann folgenden machen. Okay. No. So, weg mit dir. Alles klar. War das so schwer? Nein. Eigentlich nicht, ne? Soll ich da wahrscheinlich rein? Irgendwie. Genau so einbräuchte ich am besten jetzt. Aber die ganze Plattform ist halt nicht portal geeignet. Oder ist hier noch irgendein Gegenstand, wenn ich... Welchen Händen ich einfach mitnehmen kann? Stühle. Kann ich einfach mal vom Stuhl drauf springen? Aufklettern? Stell ich mir zumindest so vor, als würde das funktionieren. Nein. Schade. Na, dann... Ja. Over here. Ja, ja. Hier rüber. Da rüber. Aber... Wie weiter? Oder wieder rein? Oder... Hä? Weil hier ist ja sonst nichts weiter, ne? Nur der hier. Äh... Da, da, da. Lasst mich denken. Aber wieder rein. Du kannst ja nicht mehr klettern in diesem Spiel. So richtig reingucken kann ich da ja auch nicht. Und da hinten was reinschießen. Da haftet nichts. So überhaupt nichts. Deswegen eigentlich bräuchte ich... ein Cube oder sowas. Wäre ganz cool. Aber was? Woher? Ah. So einfach. Auch darauf muss ich erstmal kommen. Hallo Kumpel. Aha. Okay. Ich glaube, das wäre zu einfach gewesen, das einfach genauso... umzusetzen. Darauf passiert ja praktisch alles ungefähr. Okay. Und nun? Da komme ich her. Da kann ich nichts... Ah, da an die Wand kann ja was sitzen. Okay, das... Danke. Jetzt nur bloß die rechten gleich nehmen. Genau so. Okay, hier fließt einfach... Ekelzeug. Und dann geht es hier ja gleich ins nächste Gebiet damit. Oh, das war knapp an der Kante. Jo, alles klar. Jetzt renne ich hier in so einer Pampel rum. Ah, ja. Der kann jetzt auch nicht einfach rauskommen. Angeblich. Ne, doch. Rauskomme ich ja immer. Jo, alles klar. Jo. Alles klar. Ich gehe wieder nach unten. Da muss ich ja so eine Taktik ausdenken. Und bitte lass mich runter. Nein, eigentlich nicht. Diese kommen öfters mal. Hm. Da könnte ich als nächstes hin. Ich gehe noch mal da rein. Beschuss eigener Truppen. Geh nochmal da rein. Nehmen wir dich. Und wenn ich jetzt da reingehe, kann ich da drüber gehen. Ist in Ordnung, wenn du runterfährst. Das gefällt mir sogar ganz gut. Keiner da. Also, das ist dann das. Dann haben wir da hinten ist noch einer drin. Da ist der. Und da müsste nur noch einer da sein. Und der ist... Da ist der. Okay. Halb so wild. Halb so wild. Kritisch. Ziemlich kritisch für dich. Einer ist... Ach, da oben ist auch noch einer. Na gut. Ich weiß, dass du mich nicht hast. Das hast du mir nämlich schon ganz häufig gesagt. Och, Mist. Ah. Sehr schön. Gut. Damit ist das geschafft. Und... Oh. Damit geht's beim nächsten Mal weiter. Ach. Türme. Türme. Schlimme Türme. Also, bis dahin. Und... Ciao. 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 Tschis線. Türme. Tschis. udes... Untertitelung des ZDF, 2020